Die mechanische Thrombektomie ist ein effizientes Werkzeug zur Behandlung des akuten Schlaganfalls. Ein Schlaganfall ist eine akute, aber schwerwiegende neurologische Erkrankung. Die entsteht, indem irgendwo im Körper, häufig im Herzen, manchmal auch woanders im Körper, sich ein Blutgerinnsel löst und als Fropf dann mit dem Blutstrom ins Gehirn geschwemmt wird. Dort löst es eine Durchblutungsstörung aus und die eigentlich dafür sehr empfindlichen Nervenzellen werden erst deaktiviert und sterben dann ab. Und das ist ein sehr zeitkritischer Vorgang. Das heißt, Schlaganfall ist immer ein Notfall. Bei der akuten Erkrankung Schlaganfall, wenn es eine schwere Erkrankungsform ist, ist es manchmal nicht ausreichend, nur das stark wirkende Medikament, die Thrombolyse, zu geben, sondern es kann erforderlich sein, und das muss man unter Kollegen dann besprechen, eine sogenannte mechanische Thrombektomie zu machen. Das ist ein Katheter-basiertes Verfahren, was von der Leiste aus oder vom Arm aus gemacht wird, was spezialisierten Experten natürlich vorbehalten ist, die aber relativ schnell in das betroffene Hirngefäß dann sondieren und mit einem speziellen Fangkörbchen den Thrombus, also das eigentliche Blutgerinnsel, was die Hirndurchblutung stört, dann greifen und herausziehen. Das ist die eigentliche mechanische Thrombektomie. Ein Schlaganfall ist eine ernstzunehmende und akute neurologische Erkrankung. Wenn es uns gelingt, den Schlaganfall zu behandeln, dann kann die Durchblutung des Gehirns wiederhergestellt werden und die Symptome sowie Lähmungen oder gar schwere Lähmungen oder Schlimmeres können sich zurückbilden und die Prognose ist gut. Das gilt nur dann, wenn wir entsprechend erfolgreich sind und schnell genug sind, um diese Durchblutungsstörung, also den Fropf in der Gehirnarterie zu behandeln.